Herzlich willkommen bei uns auf SkyDefense & Co. Ich begrüße euch, ich bin Solli und Tickabell ist mal wieder unmöglich und kann es nicht abwarten hier, dass wir aufnehmen. Naja, es liegt doch so, Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Liege der Menschen und wir sind immer noch mit Dr. Hool, Abenteuerwelt und das kann sich natürlich hinausziehen. Uns füllen noch 20 goldene Steine, das glaubt man gar nicht. Ne, nicht wirklich. Und 3 von 7 Sachen haben wir erst aufgebaut. Also, ja, ein regelloser haben wir jetzt Gott sei Dank. Ja, ähm, der Name ist mir jetzt auch wieder endlich bekannt. Äh, ja. Ja. Ich hab immer nur die Regeln gedacht, aber naja gut, äh, ja. So. Oh, ich hab einen weinen Engel kaputt gemacht. Hippie. Ich mag die nicht. So, ähm, wir wollten in Richtung... Das hab ich schon. Richtung goldenen Stein wollten uns hinmopsen, ne? Das geht von hier lang. Ähm, da wir regellos sind... So. Oh, wir kommen den goldenen Stein näher. Ich komme näher. Jaja. Hopp, hoch mit dir. Ach, die sind ja wirklich nicht. Die hüpfen hier gar nicht richtig mehr. Das muss gerade hier sein. Bin so oben. Der, meine Engel, geht hier nicht kaputt? Ich bin ganz in deiner Nähe. Äh, in der Nähe vom goldenen Stein. Ich auch. Ne, ich muss eine Tasche tiefer. Ja, ich auch. Praktiv das hoch. Oh. Ja, das frage ich mich auch. Okay. Und in welche Richtung vorliegen. Ich bin zu tief. Oh, ich hab ein paar blaue gefunden. Wow. Ähm. Ich seh nichts mehr. Okay, hier wird die Musik. Hier ist der rasanter oder wo? Jetzt bin ich zu weit oben. Zu weit oben? Ja. Ja. Ja, aber der ist immer noch ein bisschen tiefer, der Stein. Ja, toll. Ah, ich hab was gefunden. Du hast was gefunden? Ja, ich hab den auch gefunden. Ah, wir brauchen. Alles klar. Äh, okay. Wenn ich jetzt wüsste, wo du willst. Äh, such mal einen blauen Punkt. Äh, ich will den blauen Punkt, aber ich weiß nicht wo. Trotz. So, ich suche die Figur. Ähm. Peter? Ja. Wo ist der andere? Ach, da. Ah, da ist ein Raum, so ne. Oha. Na, leck mal eine Schmerzgurke. So, jetzt muss ich jetzt mal die Figur wechseln. Äh, hast du eine Mackie hier? Dorthin reisen? Nein, natürlich nicht. So. Man kann nicht mehr Figuren draufstellen, ohne genervt zu werden. Ja, ist schrecklich. Ich finde dich nicht. Ich falle ständig irgendwo runter. So, okay. Jetzt haben wir hier ein kleines Rätselchen zu lösen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das vorher hier schieben muss. Oh, jetzt bin ich ja. Nee, jetzt kann ich dich nicht mehr schieben. Okay, kann sein, dass ich jetzt mal hier durch muss. Irgendwie. Okay, dann muss ich da erstmal versuchen, erstmal durchzukommen. So. Ich habe einfach nach unten gekriegt und dann habe ich es geschafft. So einfach ist das. Ich bin hier wieder bei beiden. Super, ich sehe nichts mehr. Okay, das hat mir hier schon mal ein Laser aufgemacht. Das ist doch sehr schön. Geht es hier auch irgendwie weiter? Nee, natürlich nicht. Als nächstes ist der kein Laser, aber. So. Musst du hier in der Nähe von Goldenen Steinen aufhalten? Ich war ja der ganze Zeit in der Nähe. Und dann habe ich ihn einfach nur unten gekriegt und dann habe ich was gesehen. Und den habe ich natürlich gefolgt. So, und jetzt werde ich mal versuchen. Komme ich da rein? Das ist abgesperrt, die Kacke. Da komme ich noch gar nicht rein. Ich bin jetzt abgesperrt. Ich bin in der Nähe von Goldenen. Da komme ich noch gar nicht rein. Oh Mann, wie soll ich das Rätsel lösen? Meine Güte. Ah, ich habe das Türchen gefunden. So, aber ich komme ja nicht rein. Wieso komm ich nicht rein? Ich bin auch rein gekommen. Ja, du kannst dich schließlich da so teleportieren. Ja, dann machen wir was anderes. Stell dich mal da hin. So. Dann darf ich noch jemand teleportieren. Drück mal, schlag mal da drauf. So, wie die lässt du aus? Nee, nur Shell. Ja, okay, dann machen wir weg. Wie eine andere Figur aus. So. Warte mal, dann nehme ich dich mal zu mir rüber. Bist du gerade... Ich bin gerade Supergirl... Äh... Wunderwoman. Okay, dann stelle ich mal Supergirl... Äh... Supergirl zu mir. Nee, bin ich nicht. Supergirl, kommst du mal zu mir rüber? Wo kommt Supergirl nicht hin? Du musst erst mal schieben, das Teil da. Mann, lass mich doch mal in Ruhe. So, ähm... Nee, das bringt nichts. Hä, man müsste da reinkommen. Äh, du musst erst mal das da... Schieb mal da den Block da. Ich hab das schon geschoben. Meine... Aber es bringt immer... Achso, ja, warte mal. Vielleicht muss die Druckplatte da ausgelöst werden. Ja, okay. Darauf hätte ich auch schon vorher kommen können. Ja. Alles klar. So. So. Jetzt aktivieren, danke. Okay. Jetzt gibt es natürlich auch ein bisschen mehr Sinn. Ja, danke, Bild. Es war sehr nett, mit dir zu reden. Siehste. Ja, ich hab diese, äh, Plattform da nicht richtig gesehen. Das war natürlich ein bisschen beschränkt, aber gut. So. Okay. So. Ja, super. Hervorragend. Dürfen Sie mich in der Bewegung, Runde? So. Okay. Golder Stein Nummer 8. Genau. So, wie komme ich wieder hier raus? Moment. Ja, ich schieße mich da einfach mal hier durch. So. Ja, das ist geil. Kann ich den Ofen wieder zumachen? Ja, indem du ein anderes benutzt. Ja. Das ist jetzt Blödsinn, Musi. Ja, das ist alles Blödsinn anscheinend. Was machst du denn? Ich wollte das zumachen wieder. Ja, kannst du nicht. Ja. Dann schieße auf die anderen beiden hier draußen. Ist das zwei Stück? Ja. Hier, nimm das hier, hier das Blaue, wo du jetzt da bist. So, und draußen, wo wir stehen, macht das Blödsinn schon. Genau. Okay. Wow, wir sind fast runtergekommen. Klasse. So, hi, da bin ich wieder. So, dann kann ich mal zur Wunderbombe wechseln. Wow, das Geheimnis hier, das Rätsel um den goldenen Sternen haben wir jetzt gelöst. Jetzt können wir, glaube ich, zur Thales-Station fliegen, ne? Ja. Oh, ich bin fast da. Rechts abbiegen. Da sind wir. Ich bin da. Ich bin da. Okay. So, dann kann man die Thales ja schon mal hinstellen. Wo ist die Thales? Da. Sehr schön. Ich platziere die Thales schon mal. Mhm. Die Thales taucht jetzt direkt auf und ich steige schon mal ein. Okay. Drücktheiten. Nee, brauche ich nicht. X. Väter nicht. Oder Kreis. Ja, ich drücke Kreis. So. Okay, wir sind hier drinnen. Äh, du bist da drinnen, ja. Ich nicht. Du nicht? Nein. Oh, du hast ein Pech. Äh, okay, dann muss ich, glaube ich, mal gleich einen Jager auswählen. Okay, jetzt bin ich drin. Äh, hallo, wo bin ich? Ah, jetzt ist das Bild hier geteilt, ja? Jetzt ist es geteilt. Das ist einmal klasse. Das ist aber dynamisch, ja? So, hier kann man, glaube ich, wir brauchen halt den Doktor, aber. Äh, der Doktor steht drauf. Das ist dieser. Gut. So, welche Plattform müssen wir auswählen? Die gelbe oder den blauen? Äh. Hm, hier können wir noch gar nichts machen. Was soll denn das jetzt hier? Regeneration? Nee, warte mal. Ja, hier ist die Talis. Hier muss doch das blaue. Ja, ich habe gerade das Gelbe in der Mache. Da, die den Doktor anpassen. 12. Doktor. Phonologisch regenerieren. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten tut. Gut. Dann drücke ich mal hier drauf. Ah, jetzt können wir hier diese, äh, Jahrgänge auswählen. Ah, okay. Transalore, da sind wir ja gerade, äh, gewesen. Wo gehen wir hin? 99 ist ja auch nicht. Ja, machen wir einfach. Gewunkt. Oh ja, das gefällt mir doch schon. Schnee. Oh. So funny Schnee-Time. Oh, das ist so schön. Ja, aber komischerweise wird hier auch nichts angezeigt. Nee. Das ist so nicht so. Wir können hier nicht zusammenbauen, gar nichts. Oh, wo ist denn? Oh. Äh, was ist das denn hier? Servierunterricht. Warte mal. Äh, drücke Dreieck, um die Schneeballkanone zu übernehmen und folge mit Viereck einen Schneeball. Triff innerhalb der Zeitbegrenzung so viele Feinde wie möglich, um einen Preis zu gewinnen. Ja. Okay. Das wird wahrscheinlich wieder ziemlich schwierig sein. Und man hat hier wieder keine Splitscreen. Keinen dynamischen. Toll. Kann ich nach oben, nicht nach unten. Kann nur nach links und nach rechts. Aber das können wir schnell feuern. Weiß doch. Das trifft sie mal. Ja. Da mag ich dabei fechten, ja. 12, 13. Wie viel musst du schaffen? Äh, gute Frage. Ah, Gold. Hast du geschafft. Und unsere niemals endenden Kampf gegen das Böse helfen. Perfekt. 15 sind meistens immer so, ja. Hat ja auch gepasst. Das ist doch fein. Oh, ich hab was gefunden. Uh, schnell dahin. Was ist das? Ich mach mal Schneebländer kaputt, ja? Ich bin mal so gemein. Okay, ich müsste hier was machen. Haben sie gedrückt halten, oder was? Uh, ich bringe was für explodieren. Oh, ja. Ja, was kommt da raus? Was kommt da? Macht mal die Trimmer weg hier. Uh, schnell zusammen pflücken. Irgendwas zusammen pflücken. Oh, ja. Wir müssen mal wieder in die Welt zusammendonnern. So, ich mach mal kurz die Talis weg. Die stört kurz. So, wenn wir die brauchen, dann nehmen wir die wieder. Oh, jetzt hab ich eine Weihnachtsform kaputt gemacht. Oh, dann besorte ich mal echt schnell wieder. Ähm. Oh, verdammt. Komm mal auf den Walzer Schnopf, sorry. So. Walzer, bist du mal so nett? Ich brauch die mal ganz kurz. Danke. Walzer, kommst du mal bitte? Walzer ist da. Ja. Irgendwo. So, ich muss wieder eine Welt verbinden. Ja, dann mach mal. Ich weiß noch nicht wie. So, jetzt bräuchte ich den Doktor, glaub ich. Oder wer ist das? Das ist der Doktor. Okay, jetzt muss ich hier irgendein... Ach, meine, was haben wir das Zeug denn? Ah, okay, ich muss hier irgendwas zusammenführen. Okay, Moment, dann fangen wir mal von hier an. So. Okay. Und ich such mal hier irgendwas, ja, was ich nicht so finde, also... Ja, das Schlechtste, wenn du es nicht findest. So, äh... Zeig mir ständig hier drei, äh, vier Ecke an? Ich weiß nicht, wieso. Kannst du mal... Okay, ich bin gelöst. Okay. Was passiert jetzt? Okay. Mega Kaboom hätte noch gefehlt. Oh, hi. Wir haben es mal etwas vergrößert hier, ja? Hm. Äh, ja. Okay, super, ähm, ja. Oh, jetzt wird hier einiges angezeigt, guck mal. Ja, ist klar, man muss natürlich etwas verbinden und dann... Äh, geil ist es auch. Ich glaube, es ist hier echt abschnittmäßig. Na ja, was ist los? Kuchenladen? Oh, sorry, habe ich gerade auch gegessen. Hahaha. He. Äh, irgendwie geht es hier runter zu einem goldenen Stutz. Goldene Stutz gibt es nicht. Ach, Mann. Also, wir haben hier im Sonnenangebot haben wir gelbe, blaue, lilane, äh... Hallo, wie ist es gemein? Silberne haben wir auch noch. Dann gibt es sogar noch goldene Steine, gibt es sogar auch noch. Und einen roten gibt es auch noch. Einen großen, weißt du? Das ist gemein. Hast du nicht schon mal gesehen, sind sie einen roten, sind... Oder sind... ...goldenen? Hallo. Bist du mein. Ich bin mein. Wieso ich? Ich mach doch gar nicht. Doch, du bist so gemein zu mir. Ich bin ganzartig. Du weißt, was ich meine. Ja? Ja. Ich weiß du. Ich bin eh lang. Äh, warte mal. Wo bist du denn? Äh, ich bin gerade in Telos gelandet. Äh, toll. Nicht mit. Ich wollte gerade nach unten laufen. Nach unten? Ja. Na gut, hier scheint doch nichts zu sein. Wieso ist hier nichts? Ich weiß ja nicht, wo du... Ja, du bist da, wo ich jetzt auch bin. Aber warum ist hier nichts? Das ist ein Cybermins ohne Ende, ja. Wow. Aber was ist das hier? Wo hast du uns nur hingeführt? Ich bin durch so eine Teleport-Plattform reingesprungen. Ja, das war aber dann wahrscheinlich falsch, ne? Ja, anscheinend ist es noch nicht aktiv oder so. Müssen wir erstmal wieder was zusammenbauen. Oder die TARDIS benutzen. Okay, wir machen aber erstmal einen anderen Punkt weiter. Wo ist das... Ja, ich habe auch gerade die Cybermänner gesehen. Da ist eine Tür offen. Äh, wo ist der Teleport, wo wir rausgekommen sind? Keine Ahnung, hier leuchtet irgendwas. Äh, wo ist der Doktor? Der Doktor, der müsste eigentlich mitgekommen sein. Ah, da wieder zum Zusammenbauen. Ja, wir sollten nicht ein Tee laufen. Wir müssen weitermachen, wo wir waren. Kann ich da ja trotzdem schon zusammenbauen, wenn ich schon einmal hier bin? Ja, klar, mach du. So. Abwechslens zusammengebaut, ne? Ja. Ich zeige euch mal, wie man es macht. Okay, dann mache ich den Rest und du darfst dann wieder hacken. Ja, wir sollten uns mal auf einen Kaffee treffen. Da, ist der Doktor. Ähm. Ja, der kann reparieren. Okay. Jetzt wollen wir eine Karre. Aber wir sollten... Nein, das wollten wir doch nicht. Ja, wir wollten... Ja, das sage ich. Wir sollten das Betal wieder suchen, wo ich rausgekommen bin. Ja. Wenn ich wüsste, wo es war. Da, ich habe es gefunden. Ja, ich spring mal rein, ne? Ne, nimm die Karte mal mit. Ich mache... Tschüüüü. So. Teuf. Ja, das war ja... Ne, genau. So. Okay, super. So. Jetzt muss ich wieder erstmal meinen Weg finden. Ja. Ich habe... Ich habe einen Weg gefunden. Ja. Na, das ist doch sehr schön. Das wollte ich. Hält mich einfach von meinem goldenen Stein ab. Ja, das tut mir echt sorry. Also, das wollte ich gar nicht. Bist du gerade irgendwie auf dem Weg nach unten zum Stein oder sowas? Noch nicht. Ich suche jetzt erstmal wieder, wo ich hinwollte. Ich wollte nämlich irgendwo runter. Da will ich runter. Da geht es bloß nicht weiter. Toll. Super. Klasse. Hier, direkt unter mir, wird einer angezeigt. Ja, ich weiß. Ich versuche hier hinzukommen. Ich dachte, da komme ich hin, wenn ich da untergehe. Und hier ist ein Würfel. Scooby-Doo. Pferden lesen. Unter Wasser. Okay. Ja, warum nicht? Kannst du mal die Kamera wechseln? Das nervt. Scooby-Doo? Willst du das Scooby-Doo? Ja. Ja, ist das Scooby-Doo. Wo ist denn der? Bei dir. Da ist er ja, okay. Scooby. Guck mal her. So. Wo muss ich hier fern und lesen? Ah, hier. Ah, hier. Man geht doch mal hin. Das ist in diesem scheiß Bild. Ich kann nichts machen, weil ich... Ich kann nichts machen, weil ich... Und das nicht zum ersten Mal, möchte ich anmerken. Bei dieser Mission wäre wohl etwas... Was ist denn nichts? Entschuldigung! So, ich habe mir die Freiheit genommen, Strax mitzunehmen, um seinen Granaten-Hunger zu stillen. Gegen uns drei zusammen werden sie wohl kaum bestehen können. Okay. Oh, ich habe meine Pferde verloren. Hier ist wieder was. Oh, hier eine Bewegung zu viel, dann guck ich wieder eine Wasserwohrfläche. Mhm. Oh, schon wieder. Nee, hinter dir. Ja. Oh, verdammt. Ich mache jetzt extra nichts. Ich bleib ganz brav so stehen. Oh, nee, ey. So, ich habe es hier. Da muss geschnippelt werden. Geschnippelt, gebuddelt. Ja, ist dasselbe. Du hast gerade einen Sessel ausgebuddelt, okay? Ja, gut. Und da geht es weiter. Ja. Irgendwo. Halt ja, Mann. Scheiß Kamera. Mann, bleib doch mal unter Wasser. Toll, ich sehe nichts. Nach links. Nach links. Oh, was ist denn mit der Kamera los? Sie ist schwanger oder was? Ein Stück nach rechts. Was ist das, was da ausgebildet ist? Mann, ey. Ja, nach links. Ja, ein Stück links. Ja. Was ist das denn für eine Scheiße? Ich habe nichts gemacht. Ich brauche mir ein Bild wieder. So. Ich bin manchmal lieber so. Toys, Spur verloren. Katze, ich habe die Spur verloren. Scheiße. Damit war es das. Nein, nein, guck den Pfeil an. Die Spur ist weg. Links, nach links. Guck dir mal den Pfeil an. Keine Schrott. Das ist nicht auf einmal oben. Ich fuhre gerade hier unten gewesen. Wieder vom Goldner Stein ganz weit entfernt. Weil es wird ja anscheinend noch nicht mal angezeigt, weil du die im Aufbau angenommen hast. Oh, warte, dann war endlich die schnell. Ja, aber ich darf dann mal mit den Pferden hier sind wir alle drei auf einmal gleich wieder neu machen. Soll ich es machen? Da ist unter Wasser auch sehr gut funktioniert. Und da waren die... Ich habe die Spur wieder. Oh, das ist gut. Aber ich sehe nichts. Nee, nach hinten. Ja. 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 Sehr gut. Ja. Ja, weiter. Ja. Ja. Wo ist das Bild da, ey? Ein Klavier hast du jetzt ausgewuddelt. Tja, was das für einen Sinn hat, weiß ich jetzt auch nicht. So, wie oft muss ich jetzt die Färze hier durchleuchten? So, geh... Mann, ey. Geh weg. Wo ist die Scheißspur? Da, da. Mehr als dreimal musst du dich in die Spur suchen, ey. Da ist man wieder an dem goldenen Stein näher. Also fühlt mich hier im Kreis im Wasser. Aber im Megakreis. Dreimal. Ich arsch mich hier völlig an den goldenen Stein dran zu kommen. Und vor allem mit dem beschissenen Bild. Und so bleiben tut es ja in Ordnung, aber... Jetzt natürlich wieder nicht mehr. Oh, Bild, hallo, Kamera! Die ist echt schwanger, ey. Mann, hau ab! Noch mehr... Also... Oh, ich seh nichts mehr! Oh, das ist bescheuert! Wenn es unter Wasser ist, muss das Bild auch unter Wasser bleiben. Sollte jedenfalls, ja. Ja. Du müsstest ja jetzt langsam das fertig haben. Ja, hab ich ja auch. Oh, okay. Sehr gut. Okay. Ich hätt' gerade superkühl gesagt, find' ich ganz lustig. Ohhhh. Ganz müde nach oben. Okay, ich komm' nicht mehr hoch. Ganz klasse. Sehr ordinär. Oh, oh, wow. So, äh, was für ein beschissener Punkt ist das denn? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ey, ich werd' die Spieche hier kaputt machen. Hier gibt's keine Gönne Steine mehr. Oh, nein! Ich will hier raus! Ich will hier raus! Hm. Komm her! Komm her! Was macht ihr denn da? Was ist denn denn überhaupt? Ich bin ja den ganzen Tag in Liebe bei dir. Ja! Komm her! 24 von 30, okay. Ah! Hä? Was? Toll! Jetzt war ich auf einmal Scooby-Doo im... Wenn du die Taste wechseln tust, dann... Das ist immer dein Problem, ne? Was krieg' ich denn jetzt? Ich mach' den letzten hier. Wenn ich den Finish dann machen könnte. So. Okay. Hobe ich aber nicht geschafft. Ja. Von weg hier ran, ey. Du hast ja auch gar nicht mal angenommen. Die hatte ich angenommen, ja. Ne, vorhin schon mal. Die Fazit kenn' ich ja schon. ausgenascht. Okay. Hm. Goldenen Stein. Ja. Und damit haben wir auch das Part Ende erreicht. Das ist doch der letzte Golden Stein, den ich hier sehe. Äh, ja. Ja, wir müssen uns noch ein bisschen besser umgucken. Wir sind ja erstmal nur auf einer Stelle, sozusagen. Und... Ja, aber ich war jetzt ja auch gerade unter Wasser da, und der war ja auch zu sehen gewesen. Mehr hab' ich ja hier nicht gesehen. Ey, ich sagte Part Ende. Kannst du denn nicht mal stehen bleiben? Stehen? Ach, Mausi. Ja, von stehen können wir in der Platthüste, weißt du doch. Ähm... So, äh, ja. Äh, Part Ende, hast du gesagt, ne? Ja, genau. Dann machen wir ein Part Ende, und ähm... Ja, beim nächsten Part. Oh, das dauert auch viel zu lange wieder der Part, Mausi, wenn du so weit dann machst. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder, also schalt's beim nächsten Mal wieder rein. Sag dich hier mit euer Tinker Meld und Soli natürlich. Bye, bye. Ciao. Ciao, ciao. Mecker, Tante. So. Hihi.